Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolfhus und Frank Buschmann. Und heute wird sich bei uns alles um eine Partie aus der FUT Champions Weekend League drehen. Wir freuen uns auf ein Riesenspiel. Die Gastgeber wollen heute eine Stufe aufsteigen in dieser Weekend League. Ein sehr ambitioniertes Team, ist ja keine Frage. Die werden heute alles dransetzen. Hier sehen wir die heutige Aufstellung. Marc-André Tastegen im Tor. Nico Schulz spielt mit einer Kappa Edape. Und ganz vorne werden Sie es heute mit einem Stürmer versuchen. Mal sehen, ob er sich gegen die Abwehr da vorne durchsetzen kann. Mbappé. Sie kommen jetzt über außen. Das könnte die Gelegenheit geben. Ball ist unterwegs. Und der Torhüter ist zur Stelle. Auf außen ist Platz. Riyad Mahrez. Ne, jetzt ist der Ball doch weg. Mbappé. Da verlieren Sie den Ball. Kylian Mbappé-Lotin. Gute Aktion. Jetzt hat er den Ball. Die Chance auf den Konter. Super dieses Zuspiel. Agüero. Timo Werner. Und jetzt die Chance. Konter, Tor, so einfach geht's. Es hat alles gestimmt in dieser Szene. Ein herrlicher Treffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Schöner Ball von Agüero. Leroy Sané. Ja, könnte was werden. Riyad Mahrez mit dem Ball. Riyad Mahrez. Das war wirklich unglücklich, dass der Ball da ins eigene Tor gegangen ist. Sie drängen nach vorne. Guter Aufbau. Kein Zweifel. Das ist Freistoß. Frenkie de Jong. Ja, mit viel Übersicht. Er gibt abseits. Da war der Spieler durch. Werner. Klasse Pass jetzt. Werner. Super Parade. Den Kopfball hält er. Nehmer am Ball. Den Ball spielt er raus. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Nehmer. Nehmer. Ja, vielversprechend. Agüero am Ball. Viel Platz für Agüero. Ball geht nach außen. Da ist Agüero. Mahrez. Werner. Kollegen bieten sich an. Riyad Mahrez. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Gefährliches Anspruch. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweigampf. Mbappé. Jetzt können sie vielleicht kontern. Mbappé. Neh, der ist zu weit. Leere die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Niko Schultz. Groß. Und jetzt Toni Kroos. Werner. Super dazwischen gegangen. Ter Stegen. Gerard. Und Nehmer. Und die Balleroberung. Wichtig. Werner. Super Pass. Kuhn Agüero. Agüero. Da treffen sie schon wieder ins eigene Tor. Ganz, ganz bittere Nummer. Und wieder ein Eigentor. Wahnsinn. Was die heute für ein Pecher hat. Eigentore sind immer ein bisschen kurios. Dieses Jahr. Pass auf die Außenbahn. Ecke Kroos. Ereingabe kann gut, aber der Ball ist erstmal weg. Das ist Seedorf. Jetzt Nehmer. Nehmer, jetzt muss sie auch mehr aufpassen. Gute Aktion von Varane. Da pfeift der Freistoß. Agüero. Sané. Niko Schultz. Leroy Sané hat den Ball. Jetzt wird's gefährlich. Misslungen der Pass. Da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Vielleicht die Konterchance. Können sie was draus machen aus dieser Szene. Gutes Tackling auf Außen. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Wieder so ein Klasse-Pass. Riesenchance für Agüero. Agüero trifft. Wofür. Ja, also. believe in der Korne. Ja, plötzlich papers war.